So, wir wollen heute einen Blick auf ITV Shows 3 werfen. Neue Version des TV-Serien-Trackers, den hatten wir damals schon mal vorgestellt. Ich habe ihn hier nochmal in der alten Version mit auf die Seite raufgenommen, damit wir nochmal kurz einen Vergleich ziehen können, wie sieht die alte Version aus, wie sieht die neue Version aus. Kostet 2,69 Euro, ist eine universelle Applikation für iPhone und iPad und wird, wie es aktuell gang und gäbe ist, als neue Anwendung angeboten für iOS 7. Kein Update für Bestandskunden, sondern wer die haben möchte, soll die kaufen. Und damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, haben wir gedacht, wir werfen da mal einen kurzen Blick rauf. TV-Serien-Tracker, die sind für Leute da, die gerne ihre TV-Serien im Überblick haben, wissen wollen, wann die nächste Episode läuft, wann die letzte Episode ausgestrahlt wurde. Die bieten Kurzzusammenfassungen an, so eine kleine Terminübersicht und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir werfen einen ganz kurzen Blick in ITV Shows 2, damit wir nochmal die alte Anwendung sehen. Ich mache die hier mal auf. Die ist immer so angegangen und zeigt einem dann genau eine Übersicht von den Sendungen, die man da mit drin hat. Man kann sich neue Serien mit hinzufügen, oben mit dem Plus. Kann man ja einfach suchen. Ich suche mal nach Tatort. So, genau, da haben wir einen Tatort drin. Der wird dann damit eingepflegt und man kann hier umschalten zwischen, was in der letzten Woche gelaufen ist, beziehungsweise was in der nächsten Woche laufen wird und sieht dann die ganzen Serien, die man sich hier angelegt hat. Ich hatte hier vorhin in aller Freundschaft mir angelegt. Das ist so eine Art Serie auf dem WDR. Da sieht man dann hier unten genau, wie die nächste Folge heißt. Man kann draufklicken und kriegt eine kleine Kurzzusammenfassung davon angezeigt. Bei relativ vielen Folgen ist hier noch ein kleines Bild drin. Das fehlt jetzt bei der gerade. Man kann ja auf den Haken drücken, wenn man die Serie bereits gesehen hat. Und, was ITV-Shows immer ganz gut gemacht hat, in den Einstellungen drinne, konnte man sich die Zeitzone korrigieren lassen, sodass man dann halt die US-Ausstrahlung, wenn man jetzt auch amerikanische Serien verfolgt, hier in der deutschen Zeit angezeigt bekommen hat. Dazu auch die gleiche Sache für das Datum, kann man dann sagen. Alles klar. Zeig mir bitte das lokale Datum der Ausstrahlung an. Wie gesagt, die geben sich da immer relativ viel Mühe, aber das ist die alte Version, die soll uns heute nicht interessieren. Wir wollen einen Blick auf die neue Version werfen. Die ist hier ganz oben, ganz links im Bild. Nennt sich ITV-Shows 3 und kommt so ein bisschen in dieser IY7-Optik. Große Bilder, dünne Schrift. Zeigt uns jetzt an, was als nächstes ausgestrahlt wird. Auch hier sind die Serien, die ich mir angelegt habe. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an, ehe wir uns hier ins Menü klicken mit einer neuen Serie und legen uns auch hier mal in aller Freundschaft an. Freund, man sieht, ich suche hier und der zeigt mir direkt die Serien an, die er dazu findet, wenn ich jetzt hier noch das SCH enttippe. Genau, dann haben wir sie hier in aller Freundschaft. Ich tippe einmal rauf und er hat die jetzt mit hinzugefügt. Sollte eigentlich, da ist sie, mit reinkommen und auch hier kriegen wir dann die Übersicht über die Staffeln einmal. Können uns hier runterscrollen. Zack, und haben dann hier unsere Sendung vom 26. November, die halt in 5 Tagen ausgestrahlt wird. Auch in einer Kurzzusammenfassung. Können da Sternchen vergeben, können die als gesehen markieren. Ja, und auch alle vorherigen Episoden als gesehen markieren. Hier sieht man es. Und hat dann einen Überblick, was habe ich verpasst, wann kommt die nächste Folge, was ist nochmal in der letzten Folge passiert und so weiter und so fort. Die werden hier in so einer netten Liste angeordnet. Man sieht dann da diese Woche, nächste Woche, die bevorstehenden Ausstrahlung, das sind die, die noch keinen Termin haben. Jetzt bei Downton Abbey zum Beispiel. Hier unten haben wir den Tatort drin. Das ist so, diese ganzen TV-Show-Tracker, die greifen eigentlich alle auf die gleiche Datenbank zu. Und da schreiben sich nur darin, was sie hier für Funktionen anbieten, beziehungsweise wie sie das Ganze aufbereiten. Und auch beim Tatort, da hat er eigentlich alle Tatort-Folgen drin, die seit 1970 ausgestrahlt wurden. Da können wir uns wirklich runterscrollen hier durch die ganzen Jahre durch. Und ab und zu fehlt ihm dann halt die nächste Folge. Wir sehen es hier. 17. November steht drin, aber da hat sich noch niemand gefunden, der die für den nächsten Sonntag eingetragen hat. Sobald das quasi in dieser TV-Serien-Datenbank geschehen ist, taucht das auch hier in der Applikation auf. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen. Aber man kriegt einen ganz guten Überblick hier. Und auch hier beim Tatort gibt es ein kurzes Bild dazu, eine kurze Zusammenfassung und so weiter und so fort. Das ist die aktuelle Ansicht. Man kann hier auch umschalten zur letzten Woche, damit man noch mal sieht, was zuletzt ausgestrahlt wurde. Also nicht die Serien, die noch kommen, sondern die, die schon waren. Und wenn wir uns hier mal ins Menü reintippen, können wir umschalten zu den Ungesehenen. Das ist klar, alle, die wir jetzt noch nicht markiert haben, mit so einem Haken, die werden da angezeigt. Der Kalender, der zeigt uns an, welche Folgen als nächstes ausgestrahlt werden. In so einer ganz netten Liste, wie ich finde. Das ist auch ziemlich übersichtlich, da mit diesen Icons drin, haben sie gut gemacht. Genius versucht einem Serien vorzuschlagen, die man aufgrund der eigenen Gewohnheiten, an denen man interessiert sein könnte. Wenn man das Feature nutzen will, muss man sich hier noch so einen tracked.tv-Account zulegen. Das ist mir ein bisschen zu viel Hassel, deswegen habe ich es einfach nicht gemacht. Wer das gerne möchte, wer gerne eine Empfehlung haben möchte und auch die Freunde, hier seine Sehgewohnheiten, mit denen der Freunde vergleicht, der legt sich so einen Account zu. Das ist ja auch so ein TV-Serienportal, aber wie gesagt, das braucht man nicht. Statistiken zeigt eigentlich nur an, welche Folgen man schon gesehen hat, beziehungsweise alle Folgen, wo man so ein Häkchen gemacht hat, dass man die gesehen hat. Die werden dann hier zusammengefasst. Man hat so eine kleine Statistik. Eigentlich eine Sache, die man nicht unbedingt braucht. Was man braucht, ist hier in den Einstellungen drin. Zum einen haben wir einen iCloud-Abgleich, das heißt, wenn wir die gleiche Anwendung auf dem iPad benutzen, hat er gleich automatisch unsere Serien da drin. Und wir haben hier unten, das ist ganz wichtig, wenn man halt amerikanische Folgen, Ausstrahlung auch verfolgt, wieder die Möglichkeit, ein lokales Datum zu setzen, beziehungsweise diese Zeitzonen-Korrektur hier zu aktivieren. Die Applikation zeigt Benachrichtigungen an, wenn man das möchte, sagt halt, oh, pass auf, in einer Stunde wird XY ausgestrahlt. Man kann sich das hier noch einstellen, wie viele Minuten davor das angezeigt werden soll. Und das war es soweit. Das hier ist ITV Shows 3. Ganz nett, aufgemacht, wie ich finde. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die beiden Konkurrenten. Televice, den hatte ich bis jetzt immer im Einsatz. Der macht das hier so mit Covern, dass er das anzeigt, wie so eine kleine, ja, weiß ich nicht, sieht ein bisschen aus wie bei iBooks drin. Und TV. Und TV hat sich gestern gratis angeboten. Und hier ist es auch so, dass sie die Serien ähnlich anzeigen wie in ITV Shows, aber die verzichten auf eine deutsche Oberfläche. Die verzichten auf eine Zeitzonen-Korrektur. Und das ist hier nicht ganz so schön gemacht. Das ist ein bisschen, ja. ITV Shows 3 mögen wir persönlich ganz gerne. Wir hatten das auch schon mal vorgestellt. Und wie gesagt, es ist, ja, lässt sich darüber streiten, ob man da jetzt nochmal 2,69 Euro ausgibt. Die alte Version funktioniert nach wie vor. Die neue sieht wesentlich schicker aus. Und wir gönnen den Machern den kleinen Obolus dafür, dass sie hier so viel Programmierarbeit reingesteckt haben. Ich hoffe, das hat einen kurzen Überblick gegeben. Was man eventuell noch zeigen sollte, wenn ich mich hier rein swipe, kann ich mir hier auch nochmal die Besetzung, die Folgen und so weiter anzeigen. Machen wir das mal hier unten bei How I Met Your Mother Besetzung anzeigen. Und wir kriegen dann hier die einzelnen Darstellern. Nicht alle haben ein Bild drin. Auch das hängt wieder davon ab, wie die in dieser TV-Seriendatenbank hinterlegt sind. Ja, aber ich denke, das bietet einen ganz guten Überblick. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und eine angenehme Restwoche.